Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ihr habt sicherlich schon davon gehört, in Kanada gibt es sehr sehr viele Waldbrände und das schon seit längerer Zeit. Und am 23. Juli sehen wir hier eine gewaltige Rauchwolke, die entstanden ist durch Brände, die sich in diesem Gebiet hier befinden. Und diese Rauchwolke, die ihr hier seht, die ist auf dem Weg da gewesen am 23. Juni in den Atlantik hinein. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert ist in der Zwischenzeit. Das heißt also, diese Wolke, diese große Rauchwolke hat den Atlantik komplett überquert, befindet sich so am 28. Juni teilweise hier im Mittelmeer, teilweise hier noch vor Spanien. Ja und dann heute am 30. Juni hat diese Wolke in Verbindung mit einem kleinen Tiefdruckgebiet Deutschland erreicht und wird auch Teile von Deutschland dementsprechend bedecken. Das heißt also, wir haben hier in dieser Wolkenformation tatsächlich auch Rauchpartikel, die sich eben in Kanada gebildet haben am 23. Juni. Und da seht ihr mal, wie das alles zusammenhängt mit diesen großen Wettersystemen auf unserem Planeten. Und der Grund dafür ist unter anderem, dass hier in diesem Bereich ein Tiefdruckgebiet entstanden ist. Und wir sehen auch, wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen, wie dieses Tiefdruckgebiet hier dann eben auch dafür sorgt, dass diese Wolke, die sich hier noch vor Spanien befindet, dann in dieses Tiefdruckgebiet quasi integriert wird. Und wir dann hier bereits am 29. Juni dieser Schleier, den ihr hier seht, ja, das ist alles diese Wolke, diese Rauchwolke, die sich dann hier teilweise schon über Bayern befunden hat. Ja, und jetzt zieht das Ganze in Verbindung mit diesem Wolkensystem über Deutschland hinweg. Das ist ein Phänomen, was wir öfter beobachten können. Das heißt, wir haben jetzt in Kanada mittlerweile des öfteren größere Waldbrandsysteme. Und diese Wolken, die sich dabei entwickeln, ja, die kommen immer wieder zu uns rein, wenn denn die Wettersituation passt. Wir hatten ja in den letzten Wochen, das heißt also, bevor diese Wetteränderung stattgefunden hat, ein Hochdruckgebiet über den britischen Inseln. Und das hat ja größtenteils verhindert, dass diese Wolkensysteme nach Deutschland gezogen sind. Jetzt hat sich das Ganze wieder geändert. Das heißt also, wir haben wieder einen West-Einfluss, West-Wind-Einfluss. Und das liegt an der Reaktivierung des Jetstreams hier über dem Atlantik. Das heißt also, wir haben jetzt momentan eben dieses wechselhafte Wetter. Und wir müssen mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Vor allem, was jetzt den Sommer generell angeht, es schaut so zumindest aus, als ob dieses Wettersystem, so wie es jetzt momentan existiert, auch vielleicht bestimmend ist für die Entwicklung unseres Sommerwetters. Wollen wir es mal nicht hoffen. Viele freuen sich ja auf schöne Sonnenstunden und dementsprechend auch Wärme. Mal schauen. Es ist noch nicht gegessen, das Thema. Das heißt also, solche Wettersysteme können sich Gott sei Dank auch schnell wieder ändern, sodass es dann vielleicht ja doch, vor allem jetzt dann in den Ferien, schöner wird. Aber gut, es ist, wie es ist momentan. Und das haben wir unter anderem auch einer etwas anderen Zirkulation zu verdanken. Wir sehen hier zum Beispiel über den USA ein riesengroßes Hochdruckgebiet, was hier im Süden eben auch für Hitze sorgt. Wir haben hier teilweise große Gewittersysteme über den USA. Wir haben ja auch Tornados und dementsprechend schwierige Wettersituationen. Und wir haben immer wieder diese Waldbrände hier. Also dieser Rauch, den ihr hier seht, das stammt alles von Waldbränden, die sich hier seit Monaten in Kanada abspielen. Es ist wirklich unglaublich. Manche sagen ja dann immer, ja, so ein Waldbrand entsteht ja nicht von allein. Das stimmt. Die meisten Waldbrände, die wir hier sehen, das ist tatsächlich menschgemacht. Das ist, wenn man mal eine Zigarettenkippe wegschnippt oder wenn man mal, ja, das Beste, was ich mal erlebt habe, ist, da ist einer mit dem Auto in ein Feld gefahren, ja, und der Katalysator hat das ganze Feld in Brand gesetzt. Also das kann alles passieren, logischerweise. Das heißt also, ja, Menschen sind schuld. Teilweise kommt es auch zu Blitzeinschlägen. Das Hauptproblem bei der Thematik ist die Trockenheit. Das heißt also, wenig Niederschläge. Der Wald ist schon ausgetrocknet, ein bisschen empfindlicher, was jetzt zum Beispiel auch die Brandentwicklung generell angeht. Und teilweise brennen diese Wälder dann wie Zunder. Also wenn da längere Zeit Trockenheit herrscht, das ist bei uns genauso. Also Nadelwälder sind da sehr empfindlich, was das angeht. Und dann führt das eben dementsprechend zu diesen großen Bränden, die wir momentan beobachten können. Generell, die Wettersysteme momentan war interessant. Das heißt also, wir haben einen gewissen Einfluss wahrscheinlich schon von El Nino, der sich hier in diesem Bereich befindet vor Südamerika. Da haben wir schon eine Erwärmung der Oberflächentemperatur. Das können wir ja mal mit einblenden. Ich zeige euch mal, wie das geht. Wir haben hier in diesem Bereich bei Worldview, Link unten in der Wiederbeschreibung, die Möglichkeit, uns verschiedene Dinge anzeigen zu lassen. Also das, was ich jetzt hier ausgewählt habe, ist die normale Ansicht. Es gibt aber sehr, sehr viele Ansichten, wo man sich verschiedene Szenarien anschauen kann. Was man hier aber machen kann, man kann hier verschiedene Layer mit hinzufügen. Zum Beispiel Science. Das heißt, wir haben hier die Ozeane. Und dann können wir zum Beispiel sagen, okay, wir wollen Anomalien sehen. Das heißt also, Abweichungen vom langjährigen Mittel. Wenn wir das mit hinzupacken, zum Beispiel mal am 29. schauen, dann sehen wir die Oberflächentemperatur der Meere, die Abweichung wohlgemerkt. Also manche sagen ja dann immer, das ist alles, die Farben sind, das ist alles total übertrieben. Ja, also eine Abweichung kannst du halt am besten erkennen, wenn du eine dementsprechende Farbskala verwendest. Und deswegen schaut das eben so aus. Also das ist jetzt hier nicht der Weltuntergang. Aber es zeigt eben die Temperaturanomalien. Und eine Temperaturanomalie, die eben hauptsächlich dafür verantwortlich ist, wenn sie den Auftritt für bestimmte Wetteränderungen, das ist El Niño hier. Vor einem Jahr war das nicht so. Das heißt also, wir hatten hier diese Ausprägung dieser Anomalie nicht und jetzt haben wir sie eben. Und El Niño ist ein immer wiederkehrendes Phänomen, welches auch großflächig Wetter beeinflussen kann auf unserem Planeten. Und deswegen, ja, haben wir eben wahrscheinlich, das ist zwar nicht sicher, hier im Süden der USA momentan eine Hitzewelle. Das ist jetzt hier im Süden der USA, das kommt immer drauf an, also ich habe manche Berichte gelesen, da wird vom Weltuntergang geredet. Andere sprechen von einer außergewöhnlichen Hitzeperiode. Andere sagen dann wieder, ja, das ist ja für die Jahreszeit normal. Möge sich jeder selber ein Bild machen. Ich meine teilweise 45 Grad, das ist halt heftig. Gut, in Phoenix, da hast du die Temperaturen schon mal, auch um die Jahreszeit. Das Interessante an dieser Wetterkonstellation ist eben die Stabilität. Das heißt also, du hast jetzt hier nicht mal 45 Grad oder nicht mal 40 Grad, sondern du hast also in einer bestimmten Fläche eine relativ hohe Temperatur über einen längeren Zeitraum hinweg. Das führt natürlich dann auch dementsprechend zu Problemen. Eine längere Hitzebelastung für die Menschen dort. Und darum wird in den USA sehr heftig darüber geredet, wo das herkommt. Ist das jetzt der Klimawandel? Ist das jetzt weiß der Geier was? Das heißt also, wir haben hier durch El Niño wahrscheinlich schon diesen Einfluss, der die Verteilung von Hoch- und Tiefdruckgebieten hier beeinflusst. Ja, und bei uns ist es ja auch so, das heißt also, wir haben über dem Nordatlantik immer noch eine relativ hohe Wassertemperatur direkt an der Oberfläche. Viele sagen, ja, das ist ja nur die Oberfläche. Ja, ja, das ist die Oberfläche. Was soll ich mit dem Satelliten sonst messen? Also ich kann mir die Oberflächentemperatur, die Abweichung anschauen und kann sagen, okay, das ist höher, als das jetzt zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten war. Kann ich sagen, okay, da ist halt jetzt mal was anders. Und das Interessante ist ja die Durchmischung. Das heißt also, wir haben natürlich logischerweise, wenn an der Oberfläche sehr warmes Wasser ist oder wärmeres Wasser ist, natürlich dann auch zum Beispiel durch die Meereströmungen oder auch durch die Tiefdruckaktivität eine gewisse Vermischung mit den Wasserschichten darunter. Das führt zu einer generellen Erwärmung. Und das kann schon das ein oder andere Problem auslösen. Vor allem, wenn es Tiere gibt oder auch Plankton zum Beispiel ist ein super Beispiel, was sehr empfindlich darauf reagiert, wie die Temperaturen generell sind. Das muss man halt beobachten und dementsprechend dann auswerten, ob es hier dann zu einer Problematik kommt oder nicht. So, wir haben hier unter anderem auch vor einigen Wochen hier vor Afrika auch den beginnende Temperaturanomalie gehabt. Ob das jetzt mit El Nino hier drüben zusammenhängt, das kann man noch nicht genau sagen. Auch hier liegen wir jetzt momentan, was die Wassertemperatur angeht, über dem langjährigen Mittel. Das heißt also, letztes Jahr hatten wir auch dieses Phänomen hier nicht. Und da kommt es jetzt darauf an, wie sich das hier entwickelt. Weil es kann durchaus sein, durch die höhere Wassertemperatur, dass sich mehr Tiefdruckgebiete bilden. Allerdings gibt es einen gegenläufigen Effekt momentan, nämlich mit El Nino, der normalerweise die Entwicklung von diesen großen Tiefdruckgebieten, welches dann auch ein Hurricane werden kann, hier beeinflusst. Also ihr seht, das hängt alles miteinander zusammen. Das heißt also, unser Planet ist zwar groß, aber er ist nicht so groß, dass bestimmte Abläufe irgendwo hier in Kanada nicht uns betreffen. Also diese Rauchwolke, die sich hier über großen Teilen Europas jetzt momentan befindet, das ist eben ein Phänomen, welches hier den Ursprung hat. Und ihr seht selber, hier ist auch überall noch Rauch. Das heißt also, da brennt es immer noch. Und das ist wirklich erstaunlich über einen so langen Zeitraum hinweg. Und auch, was jetzt zum Beispiel die Entwicklung generell angeht, bei uns auch da in Deutschland, zum Beispiel auch die Bedingungen im Sommer jetzt, das hängt unter anderem auch mit den Zirkulationsmustern zusammen, die sich jetzt hier momentan etablieren. Das heißt, dieses große Hochdruckgebiet beeinflusst die Tiefdrucktätigkeit und auch das Ziehen der Tiefdruckgebiete. Das heißt also, die kommen nicht nach Süden, sondern die ziehen hier direkt in den Atlantik rein. Und das bedeutet dann dementsprechend hier auch ein gewisses Zirkulationsmuster, was dann Auswirkungen auf Europa hat. Das hatte man auch zum Beispiel im Winter sehr gut gesehen. Da hatten wir tatsächlich auch Zirkulationsmuster über den USA, sehr starke Kälteeinbrüche, dann einen sehr aktiven Atlantik und dementsprechend große Tiefdruckaktivität, was dazu geführt hat, dass der Winter mild war. Das heißt also, dass es zwar, was die Heizperiode angeht, tatsächlich relativ lange gedauert hat, bis dann mal ein bisschen warm wurde, aber das hat auch damit zu tun, wie das Zirkulationsmuster hier auf dem Atlantik ist. Und das hat wiederum damit zu tun, wie sich diese Thematik generell entwickelt, global. Das heißt also, wir haben über den gesamten Planeten verteilt gewisse Zirkulationsmuster an Tief- und Hochdruckgebieten und das beeinflusst dann dementsprechend auch das Wetter in Europa, auch wenn es tatsächlich eine Meereströmung ist, die sich hier vor Südamerika befindet, die dann eben Auswirkungen hat auf die Hochdruckverteilung direkt hier in den USA und somit auch die Zugrichtung der Tiefdruckgebiete. Also hängt alles miteinander zusammen. Das wollte ich euch mal zeigen, dass unser Planet tatsächlich relativ klein ist, wenn es darum geht, wenn irgendwo auf unserem Planeten irgendwas gemacht wird oder etwas passiert, dass das durchaus auch Einfluss auf Europa haben kann und somit natürlich auch auf Deutschland. So meine Lieben, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017